so dann sind wir beim neuen video company yours 2 versuch nummer drei ich hoffe es klappt jetzt es steht wieder bitte warten da es lädt aber es lädt gott sei dank bitte warten da so wie versprochen das video neues auf youtube wir haben wir gucken die letzten videos an das erste video was ich vergessen habe start zu drücken ja die totale zerstörung für martin nicht für mich und ja das zweite video war für den arsch stand die ganze zeit bitte warten dann fangen wir jetzt mal an jetzt weiß ich wenigstens wie man dieses ding erweitert hier ich weiß nicht wie es heißt du machst das schon die kampffase so ich habe gleich noch mal nachgeguckt ja da werden man ollie wieder zerstören ja jeder braucht das ab und zu ja auf jeden fall die typen eigentlich jetzt auch die mit den knarren hier die ich jetzt aus dem munitions der infanterie kommt er nicht den krieg nehmen wir die eigentlich an die flaggen ein das verrate ich dir nicht dann gefängt schon wieder gut an ich probiere es einfach gleich probierst du einfach mal aus ja schau mal an nehmen erst mal ein paar dinge hier rein und dann geht's los ja machst das video auf rekordverdächtige zehn minuten die zehn minuten zerstört er soll ihn nicht so viel hochladen das ist ja gar kein widerstand was ist denn lose tatsächlich die fuzzis nehmen wir das ein gedacht haben dieses erst rein gepatcht weil sonst habe ich habe mit meinen soldaten auch immer reintragen stand und da haben die nichts gemacht so genau könnte so die nase die bringt mich du mal so als wäre als würde ich hier so intelligent tun gell aber ich kriege die fresse vorlegen ja die haben hier sind nicht die schraubenschlüssel typen das sind die ich muss gucken welche das sind die grenadierer kannst du gerade an die schraubenschlüssel typen das macht mir nichts denn noch schraubenschlüssel typen von dir in meine versteckte x baune eine mensch handwerke handwerker nimmt mir doch keine flagge eine ich brauche keine schwerbewaffneten das merke ich ja ja Oli kommt mit Mats grenadieren und was weiß ich was die alles dabei sich haben und mal den kopf mit den schraubenschlüsseln ja ja mal den kopf mit den schraubenschlüsseln ich reich das Oli für dich ja für mich reich das ok naja ist ja keine kunst oder so ich gucke mal ob mein Panzerteiler Kampfhasen scheiß fertig ist wir haben einen Panzer los wir haben einen Granatwerfer-Trupp verloren geht schon los Granatwerfer-Trupp schon weg ja haben wir das mal gucken wir haben nun Zugriff auf Halskettenfahrzeuge mit Granatwerfern für indirekten Beschuldung jetzt brauchen wir ein paar Schraubenschlüsseltypen ein Vollbremmer mit ihm er krabbelt herum jo guck mal meine hat schon zwei äh hatte zwei Sterne ja zapfer Infanteriefeld was denn hier ich kann doch gar nichts weiter machen jetzt sieht der mir hier ich hab volle Zugriffe volles krasse Zeug ich hab Zugriffe volles krasse Zeug ja hat er grad gesagt guck dir an die Scheiße ihr habt nix ihr habt nix ja die Schraubenschlüsseltypen wenn du mit denen umgehen kannst dann kann ich das auch wenn sie dir ein paar Muttern an den Kopf werfen müssen ist egal ein paar Muttern an den Kopf werfen ja jetzt hab ich aber wieder keinen Typ hier im Lager scheiße warte mal wieder ein paar Schraubenschlüsseltypen wieso stehen die da? machen die grad Brotzeit oder was? ja die stehen da gell die Schraubenschlüsseltypen flitzen schon los flitzen in den sicheren Tod und die anderen die mit den Knarren die bleiben da stehen die machen erstmal Brotzeit ja wieso steht dein Trupp neben meinem? ach ne das sind meine ja das sind alles deine gut ich dachte schon ey jetzt haben die sich hier verbrüdert oder so ja ja waffenstillstand gib mir ein Knoppers her ja neins halb zehn am besten gib mir mal ein Knoppers her da du bist doch ein Sack von zwei Seiten ey nur mal Schraubenschlüssel endlich kann ja was gescheites bauen so aber wohin der fabrik wird sogar gebaut jetzt nehme ich mal das nächste ein die nase abgeschlossen die panzer oder doch nicht das weiß ich noch hier geht erstmal da drüben wir schaffen hier dann zeit nur fresse und pause und dann wir wollen wir frieren was ist los kontakt geht schon los immer denn hier die geben sich erstmal die pfoten hier hab das auch so kalt hier ich habe es geschafft und du hast ja den kisten gestanden war denn war bestimmt die schraubenschlüssel typen nur kein knarren ist krumme zeug was sie da haben das ist fertig kommt doch bestimmt da wieder was format aber endlich mal ein panzer was ist los jetzt aber was vorangeht an dem ding hier die sind ja ich gut meine jahres los er ist mal wie viel fressen deine tene ich meine haben ihr wort sterne schon und so hast du gehört mit dem letzten tank ist er hier angekommen mit seinem flugzeug ja es sind die ollie video auch jetzt geht es los jetzt hat er mal play gedrückt ja und die hat sich die ganze zeit zurückgehalten nein quatsch ich weiß auch nicht was da los ist sogar rauchbombe rauch ist das oh hey was ist los schluss mit brotzeit es geht weiter sagen begleitet euch mal hier sind wir doch gleich richtig als gott wir könnten einen kampf gebrauchen unser territorium ein neues halbketten fahrzeug steht uns zur verfügung und und ja 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 Los Martin, dann hört man nix mehr, der macht bestimmt irgendwelche geheime Scheiße da. Glaubt mir alles hier. Irgendeinen geheime Scheiß macht der da wieder. Irgendeinen geheime Scheiß. Guck, da schleichen sie sich an mir vorbei, die Ratte. Wo sind denn da eine jetzt hin? Da war noch eine. Versteckt dort. Ach guck, da sind sie ja, die Säcke. Scheppert. Was machst du mit meinen zwei Sterne generell? Ich fühle mich wie beträumt. In die Vorrücken. Feindliche Truppen. Wir verlieren gute Soldaten. Wir freuen uns über Verstärkungen. Fallen eliminiert. Heißkettenfahrzeug ist eingetroffen. Wir werden angegriffen. Wir erleiden Verluste. Wenn ich das jetzt nicht gewinne, weiß ich auch nicht. Oder der Mann, der macht irgendwas nebenbei. Ich bin nebenbei. Ich bin nebenbei noch Ghostly Cool, oder? Ne, ne. Alle zwei Sterne Fuzzi sind weg. Hey, was machst du mit meinem Auto? Kaputt. Hast du es denn da gemacht? Ich habe es kaputt gemacht. Was soll ich machen? Hier dran geschossen oder was? Ja, schon. Das war das. Ich hab mir die Wasserhäuser. Ein neuer Grenadier-Truppista. Ja? 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 Nein? 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 Ein neues Haltkett-Fahrzeug steht für Superflug. Sogar mit Rauchbombe im Anschluss. die stehen sind ja die kriege ich doch darum da ist der rest und ja 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 Granate, Handfeuerwachen, bringen sie uns hin. Ansonst, Befehl. Geben sie uns in den Angriff. Schützenpanzerwagen mit Granaten. Der Halbkettenfahrzeug steht zur Verfügung. Scheiße. So nicht, mein Freund. So nicht. So nicht. So nicht. Die schleicht sich von hinten ran. Der Halbkettenfahrzeug ist bereit. Ich mach die Feuer. Wir rücken hier aus. Wir haben nun Zugriff auf Halbkettenfahrzeuge mit Granatwerfern für indirekten Beschutz. Ihr gefrorene Genadiere. Wer ist erledigt? Wir haben einen Granatwerferdrupp verloren. Ja, wie viele Autobahnen hast denn du? Wieso? Ist immer ein Stau hier schon, ne? Ja, was machst du denn mit meinen Dinger da? Schöne Autos. Was? Jetzt fahr ich mal wieder vor dem Ende. Ich brauch nichts bauen. Guck mal was er da hat, ein Panzer. Alter, fahr, fahr Mensch, steht doch noch nicht rum. Guck mal. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Das Auto ist auch schon kaputt gemacht. Ja. Wo rennen die denn hin? Ich weiß nicht. Hey, ich hab da jetzt Stufe 3, was ist denn los hier? Ja. Es ist los. Wir müssen etwas bauen. Durchhalten. Infanterie zur Entlastung ist unterwegs. Wir werden angegriffen. Bereit. Das Stock ist untertitelt. Ich bin getroffen. Der Stucker mit Rauchmoppe im Anflug. Die Stucker in der Luft. Scheiße. Arten Riku. Wir müssen uns unseren Wissen. Der Feind erobern unser Gebiet. Wir helfen gerne. Wir helfen gerne. Der Feind hat uns seinen Schlag versetzt. Wir machen die Gewehr. Wir brechen ab. Die Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Wir verlieren gute Soldaten. Wir haben den Kontakt zu einem Gebiet verloren. Die Reiskettenfahrzeug ist eingetroffen. Oh Mann. Okay. Ich habe keine Ressourcen mehr hier. Sollen wir etwas bauen oder wir haben Befehle? Ich weiß nicht was wieder was. Halbkirchenfahrzeug, was an. Weitliches Stuck greit an. Die bestätigen. Den von ihr und wenn es stimmt. Das wird wohl ein Sturmgeschütz angediert. Wir haben doch eine von neuen Zwehrfahrzeugen mit Granatwärmern für indirekten Beschutz. den rest noch ein hier es 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 mein gott ist ja ewig so Ohhhh, ist der kleine Panzerputt. Oh ja, genau, jetzt kommst du mit deiner Eliteeinheit da. Äh, wer schießt? Ach, du Sack da hinten dran, du Schweine. Du steht im Panzer. Oh Mann, ich hab's ja nicht gesehen, aber mein Brumbeer ist kaputt. Ja, dein Brumbeer. Das war's mit deinem Brumbeer. Der brummt nicht mehr. Der brummt nicht mehr, er hat sich ausgebrummt. Mann ey, ich hatte kaum Chance, der ist ja grad mal hingefahren. Voll gemein. Der brummt nicht mehr. Das war's mit deinem Brumbeer. Das war's mit deinem Brumbeer. Nein, die stehen doch nur da rum. Mache ihr Brotzeit. Ihr lauft doch, lauft, Mensch, ihr könnt doch nix ausrichten, hier lauft. Schrauben und Muttern brauchen wir nicht an dem Ding werfen. Lauf zurück ins Camp. Schrauben und Muttern. Ja? Zaira, setzen wir diesen Panzerwerfer in Bewegung. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Der Feind erobert unser Gebiet. Wo ist denn die Lose? Oh je, kommen sie gleich hier. Brigade. Er ist in drei Leuten mit Schraubenschlüsseln, gell? Und er guckt, wir halten Brigade da an, gell? Denn es ist doch hier. In Ordnung. Was macht man einfach nicht? Ja. 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 Du wirst mich doch jetzt verarschen. Ey, mein Raketenscheißding. Weißt du was mich das Ding kostet dann? raketen dinge von arsch nie wieder nie wieder stufe 5 oder so die gandalfa 3 oder so keine ahnung lauf wieder zurück kommen jungs zieht euch zurück ja seid auf dem weg schnell zurück was in das haus da seid ihr sicher doch nicht über die sichere als wenn er dann da draußen rum steht genau es wird nichts wo ist er denn hier panther den brauche ich aber sich den habe so jungs dann sammeln wir uns mal und dann gehen wir mal rein in die bude guck mal was da los ist hier was ist denn jetzt los wieso kommt denn da komische musik hier so siegesmusik schon was ist denn los keine ahnung ich weiß nicht vielleicht weil du gleich gewinnst ja auf jeden fall er sieht doch schon so aus dann sammeln wir uns mal was und das sind schon wieder zwei panzer und auch der letzte mann dahinten mit stern immer mal rein dein so gut angefangen über alles auto gibt alles hat der höhe doch haben jetzt Jetzt geht's los. Na, fahr nur über den Hauptquartier. Da, Oli, wo sind deine Männer? Ja, wo sind sie? Keine Ahnung. Knoppersoul oder so. Keine Ahnung. Ah, guck, da kommt die letzte Woche. Na, Hudi. Er war noch beim McDrive kurz, deswegen kam er jetzt erst. Na, guck, das war ein schnelles. Oh, doch, ich kann doch einen Schraubenschlüssel bauen. Drei Stück. Oh, Oli. Wisse geht noch, ey. Sätze Widerstand, die. Ah, nächster Panzer ist unterwegs. Achso, okay. Kriegen wir auch noch kaputt. Kein Problem. Hey. Ah, meine Pioniere. Auf dem Panzer drauf, komm. Es gibt alles. Was, wie? Luftangriff? Was ist los? Stuka Bomber. Bumsibumse. Nein. Ja. Sieg fürs Vaterland. So eine Scheiße, ey. Ja, Oli, es hat echt gut angefangen für dich. Dann habe ich echt zwischendurch mal kurz geschwitzt. Ich habe geschwitzt, aber. Haha, geschwitzt hat er wieder rauf, ey. Aber Dani. Ja. Also, das war die Folge von New Heroes. Ja, ganz klar. Der Sieg. Ja. Gut, dann danke fürs Zuschauen, gell. Ja, bis zum nächsten Mal. Oli geht sich jetzt vergraben, ja. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.